Hallo und jetzt willkommen zurück hier zu Bioshock 2 in der Remastered Version bei den Protektorprüfungen. Siemens-Vail-Kirche steht jetzt an, Prüfung 1 hat Bohrer und Granatwerfer, Telekinese und Köder 2. Also da würde ich wahrscheinlich gar nichts benutzen, wahrscheinlich, also ich weiß es noch nicht. Oder Köder, Erksens, Telekinese, ich finde das ist nicht gerade so das Prickelste, würde ich mal sagen. Boah, aber das habe ich noch nie gemacht hier, großartig. Wo die damals uns das gezeigt haben, okay. Also sofort fahren. Ah, Telekinese, so. Ah, da ist die Leiche. Wir nehmen sie mal auf, bevor sie uns hier noch die Ohren voll weinen. So. Und jetzt checken wir mal die Waffen ab. Splittergranaten. Ah, da haben wir alles. Was haben wir noch? Boah, okay. Ja gut, die Plasmide werde ich gar nicht groß einsetzen wahrscheinlich, weil die bringen nichts. Köder zum Beispiel. Toll. Das soll eigentlich ablenken dann, dass die Gegner mich nicht angreifen. Aber die wollen eigentlich eh auf die Little Sister los, so wie ich die kenne. So, ganz schnell hier mal wieder Beilauf. Da hinten habe ich den Automat gesehen. Was ist das hier für ein Gesang? Sind wir in der Kirche gelandet? So, hacken. Zack, zack, zack. Jawohl. Und was gibt es hier Schönes? Gibt es hier irgendwo noch eine Heilomat? So, hier. Ah, das ist der El Bandito. Hacken. Zack, zack, zack. Jawohl. Aha. Bildergalerien. Mhm, interessant, interessant. Guckt es euch mal an. Ach, die Schmetterlinge wieder. So. Das ist eigentlich hier jetzt gerade so wie so Stellen, wo man auch im Multiplayer-Gegnern da spielen könnte. So irgendwie. Also so, 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 so. So Karten halt einfach. So Kartenabschnitte. Was singt die da für? Sack ist es nicht. Pam. So. Also, Kontaktminen können wir ja mal ein paar verteilen. Wo tun wir die strategisch verteilen? Ich würde sagen hier. Wir haben ja nicht viele. Dann würde ich hier eine hinlegen. Äh, noch zwei Stück Hammer. Boah, ist der Automat weit weg. Hier könnte man eine hinpacken. Und hier vielleicht. Wahrscheinlich gehen die Gegner eh nicht gerade da hin. Die spawnen wahrscheinlich wieder direkt bei mir. So. Wärme suchen. Dann haben wir welche und Spielergranaten. Okay. Ja, mehr gibt es nicht. Also los geht's. So, go. Schlafende Engel leuchten. Okay. Wow, das ist ja nicht. Man sieht wieder ja. Düdl, düdl, düd, 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 düd. Du hältst gar nichts. Komm her. So, zack. Das sagt man nicht. Ham. Hihi. Oh, leer. Ham. Oh. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, das Teleknie bringt mir gar nichts. Ich glaube, dass es keinen guten Rang gibt diesmal. Aua, hoppla. Äh. Äh. Falsch. Äh, wo ist der Automat? Ich brauche dringend Munition. So. Äh. Splittergranaten. Verbandskiste. Oh, ne. Ham. Ja, genau. Lass dir mal in Ruhe. So, das hat schon mal Abzug hinter B-Node gegeben hier. Wahrscheinlich. Ja, und? Was? Ham. Gott sei Dank kann man die Automaten nicht erstellen. Ah, jetzt ist schon wieder einer bei ihr. Mann. Man kann nicht einmal mal weg her. Ja, so. Also es gibt höchstens einen B-Rang. Als Bestes auch so. Würde ich mal sagen. Ham. So. Aua. Ach, ist schon wieder leer. Komm her. Oh, schreit doch nicht so laut. Aua, 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 aua. Für das Volk. Für Eleanor. Ja, ich brauche Munition. So. Zack. Also den hätten sie mal nicht weiter weg machen können, ne. Das ist wirklich blöd. So. Au. Ja, mach' ich. So. Mir doch egal. So, zack. Pam. Die fliegen so schön. So, zack. So, hier. Pam. Pam. Oh. Heil. Hihi. Und Pam. Was heißt der A? Boah, 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 ich zeige mir mal deine Zähne. Ups, leer. Moment, ich muss mich heilen. Und ich brauche... Ja, ich weiß. Also wie gesagt, es wird keine gute Wertung geben. Äh, halb. Hoppla. Joa, ich war ja wieder mal halber tot. Pam. Au. Da verschwindet endlich. Und lass mir meine Ruhe. Was, Kabla? Ach, schon wieder leer, verdammt. Nein. Schön, wenn's weh tut. Ja, mach' ich. Aber erst verbrauche ich hier wieder Treibstoff und so weiter. So. Pam. Mann. Ah, nein. Also das gibt ne D-Wertung, also. Au. Das hast du davon. So. Ah, nee, so'n Typi. So, ich brauch mal wieder auf Bindekasten und Treibstoff. So, jawoll. Hermit. Ah, ich bin ja wieder am Umfallen. Ah, ich hab' keine Schlitterkanaten. So, wir müssen weg. So. Es gibt wirklich nur einen C-Rang oder so. Ja, definitiv. Ja. Das war einfach, die Waffen, die waren nicht so meins gerade. Ne, ich wiederhole das doch nicht. Pö. Mal gucken. Ne, da müssen wir nochmal warten. Zwei Sternle. Simon Wales Kirche. Prüfung zwei. Was gibt's denn da? Äh, Harpune und Heckwerkzeug und Hypnotisieren. Ja, Hypnotisieren ist ja ganz nett. So, jawoll. Damit die sich gegenseitig bekämpfen, ist das Hypnotisieren-Werkzeug sehr schön. Lalalala. Lalalala. Mach ich doch. Aber das brauchst du mir halt immer jedes Mal sagen. Also das ist schon mal wieder... Ah, Mist. Wir haben... Ja. Aber wir haben hier Geschütze. Okay. So, so. Was kauft man hier? Ah, ja. Verbindskasten und das. Ah, ich hätte jetzt halt gern wieder Dings da, äh. Sagt mir's. Ähm, Pfeile. Weil die kann mir ja endlos immer wiederholen. Die gehen ja eigentlich nie verloren. Wo ist denn der Heilomat? Ah, da war der El Bandito. Zack, zack, zack. Ja, dann wird's wohl wieder daran hängen, dass ich viel dieses Hypnotisieren-Plasmit einsetze. Wo war denn... Ah, da ist der Heilomat. So. Ich brauche ihn wahrscheinlich ja nicht, aber die anderen vielleicht. Ich meine, wir könnten auch zerstören. Ach, das ist der Ja-Trumpf-Sing, die da, weil es die Kirche ist, genau. Ja, ein schönes Engelskostüm hier. So, jetzt machen wir erst mal Bestandsaufnahme. Fallensperre. Oh. Ja, toll. Mini-Geschütze. So. Einmal hier eins hin. Einmal hier eins hinstellen. Da müssen wir uns mehrere kaufen. Heckfeil. Oh, toll. Der bringt mir gar nichts. Oder gibt's hier irgendwo ein Geschütz, wo ich nicht gesehen hab? Nö, ich glaub, hier gibt's kein Geschütz. Oder eine Kamera wäre doch auch mal lustig. Also, los geht's. Also, wie gesagt, das Hypnotisieren wird das Hauptwerkzeig sein. Du. Manchmal bist du das, ja. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Hm. Tun sie aber. Zack. Zack. Da, wo du nicht bist. Pam. Jetzt bekämpft euch einfach mal. Oh, komm her. Und du auch. So. Jawohl. Sehr schön. Ach, grüß Gott. Schrei doch nicht so. Soll ich gemeinkaufen, ihspritzen und verbindes Kasten? So. Was ist 666? So. Pam. Ach, grüß Gott. Ja. Jawohl. Bitchfight. Ja, wüscht. Ja, wüscht. Ja, wüscht. Ja, wüscht. Ja, wüscht. Tja, ich glaub, das war Fremd die Fire. Ah. Ein Fettwanst. Ja. Oh, nachladen. Au, das ist Fremd die Fire, du Dödel. Ach, die halten ja nicht lang hier. Niemand darf uns den Weg zum Heil verbauen. Das hat er gebraten. Ja. Au. Du hast dich mit dem Wald angelegt. Nö, hab ich nicht. Deine Achse ist immer scheißegal. Deine Achse ist immer scheißegal. Na, komm her. Zack. Au. Äh, ich glaube, ich muss mich mal wieder heilen. Gehen. So. Verbandskasten und E-Spritzen. Bimp. Komm her, so. Hi, 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 hi. Vergess es. Du wirst gar nicht sein. Geht es tot. Wow, hier geht es aber ab, ey. So, wieder mal einsauen hier. Ja, hopp, jetzt macht euch mal kalt, ja. So, kommt, aufi. Hei, 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 geht es hier ab. Zack. Schleim euch voll. So, na, und? Haha. Ham. Mach ich. Hey. Weg hier. Ja, es gibt eh wie nur einen B-Rang wahrscheinlich. Ach nein, nur so ein fett Mann. Hilf mir mal. Aua. Ich glaube, ich brauche auch mal wieder was einzukaufen. So, Verbindskasten. Und hier das hier. Ich glaube, es ist dein Städtchen im Klänzchen. Genau. Ja, Pech, wenn du es dann verstehst. Da kann ich dir auch nicht helfen. Komm. Haha. Schnell her. Ja. Gibt nur einen B-Rang, also ich sag's doch. Ne, doch, tatsächlich noch einen A-Rang. Naja, gut. Sehr gut. Weiter geht's. Fortschritt ansehen. Das nächste. Ryan Anjusmans Ideen für Animationen im Karussell Reisezimmerfläche. Was habt ihr denn da Schönes? Aha. Erstmal schön und hier, ja, ein bisschen hässlich gemacht. Hier auch schön und dann hier ein bisschen angeknabbert und so weiter. Oder hier, wer ist denn das, was von Doktor, ja. Mhm. Ja, da fehlt ihm dann der Arm. Ich glaube, da ist sein Violo hochgegangen, ja. Was haben wir hier? Mhm. Aha. Puppe, wo dann nachher dir alles fehlt, ja. Äh, Extremitäten oder hier wird's beschädigt. Okidoki. Okidoki. So. Sirenwels Prüfung 3. Haben wir nur das Maschinengewehr und, äh, Cycle und Trepp und Abfackeln. Tonika Feuersturm. Da wird man wahrscheinlich Abfackeln benutzen. Wir nutzen Mini-Gemü... Äh, was Heck? Was? Mini-Munition. Ja, la, 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 la. Das Adam in dieser Leiche hier ist der Lebenssaft für Lämms. Familie Rapture. Ja. Bitte pass auf diese Kleine auf. Durch ihren Einsatz kämpfen wir darum, Rapture zurückzueroberen. Immer doch. So, Stufe 3. Jetzt wird's wahrscheinlich richtig haarig. Was haben wir hier? Antipersonen. Ok. B. Ah, verdammt. Direkt in die Mitte rein. Da hab ich jetzt natürlich selber Mist gebaut. So. Da oben zum El Bandito. Ach, ich hab nix anders. Deswegen kann ich hier zwischen den Dingern so switchen. Ok. Zack. Oder was gibt's jetzt der Kaufer, Andi? Ah, ja. Seniors. So, äh, wo war jetzt wieder der Heilomat? Äh. Wo, 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 wo. Women, Armen, irgendwie. Ach, dann hab ich glaub ich schon gehackt, ne? Ja. Ok. Dann können wir ja loslegen. Also. Das kann ja was werden hier jetzt. Hihihi. Boah, das ist wirklich gemein. So, los geht's. Dein Problem. So, ha 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 ha. Wo ist der? So. Hey, wo war das? Burn, baby. Burn. am feurio macht alle leberfroh so ich muss mal ganz schnell einkaufen gehen verbandskasten ganz dringend die spritzen so naja keine kugel da muss es so gehen bitte was doch schon wieder ich hau nicht ja ab du sagst du so bern baby bern ja haupt jetzt brennt er endlich zusammen jawoll genau heil dich ich muss ganz dringend an den automat was an den automat oh dann habe ich gerade gehackt moment so und ganz schnell hier kugeln so burn baby ich habe mir diese fettwarnste hier tue ich doch hopp brenn ab so bitteschön ja und hast du keine du sowieso nicht aber ich dafür ha 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 so pam was machst du für ein käse hier ja das feuer ist schön wolltest du wohl sagen oder so wieder hier nachgeholt was der echte ha 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 stirb bla 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 komm her go du kannst auch noch was hier weil du meinst dass du es kannst au burn baby burn 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 das tut er auch nicht wenn ich es verhindern kann okay ja aber ich brauche ganz dringend wieder Zeug Verbandskästen kugeln so hau ab auch ab in der habe ich im ha ant wir nicht aber 본 So, äh, wir müssen weg hier. So, ganz schnell. Das gibt einen B-Rang. Ne, doch noch A. Größter Behälter gesucht. Mhm, sehr schön. Ne, größerer Behälter war das. 905, naja, 50 weniger. Naja. Aber A ist doch schon mal ganz ansehnlich. Muss ja nicht mit Sternchen sein, was haben wir hier? Original-Gemälde, die in Bioshock 2 in Guns Rapture zu finden sind. Ich glaube, ich weiß, was die meinen. Ein weißer Hund. Wobei, den weiß ich jetzt nicht wirklich. Äh, auch die Schrulle hier. Mhm, Schmetterlinge mit DNA. Mhm. Aha, Miss Schmetterling anscheinend hier. Und hier. Ja, das sieht ja süß aus eigentlich. Jo. Zurück. So, jetzt müsste die Welskirche ja auch fertig sein. Jawohl. Ja, ich erwarte da nicht das Bonus-Ding hier. Also echt nicht. Torheit des Dionysos. Ist das nächste Protector-Playerungs-Level sozusagen. Aber das ist jetzt auch wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss. 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 Vielen Dank.